Das ist Sinanswoche, total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Sinanswoche, die Show. In den Niederlanden wurde zum ersten Mal eine Transfrau zur schönsten Frau des Landes gewählt. Und Julian Reichelt wittert natürlich sofort Gedankenkontrolle durch autoritäre Ideologien. Klingt, als müssten wir da mal etwas genauer hinschauen. Viel Spaß. Sinanswoche. Die Nachrichten. Unsere Nachbarn haben gewählt, und zwar ihre Miss Niederlande. Glückwunsch an Rikki Kolle. Sie gewann als erste Transfrau den Titel zur schönsten Frau der Niederlande. Und schon wieder eine Meldung aus dem LGBTQIA-Plus-Universum. Meine Güte, die gehen mir aber auch auf die Nerven mit ihrem Regenbogengedöns. Kein Tag ohne irgendeine Meldung aus der Transbubble. Wieso werde ich damit ständig belästigt? Die Frage, die man sich stellen kann und sollte, ist, wer pusht das Thema eigentlich? Um das herauszufinden, habe ich eine aufwendige Medienanalyse betrieben. Eine Google-News-Suche mit dem Stichwort Miss Niederlande brachte knapp 40 Artikel auf 30 verschiedene Nachrichtenseiten zum Vorschein. Aber was für Seiten sind das? Befinden die sich eher im politisch linken oder im rechten Spektrum? Waren das seriöse Meldungen oder doch eher populistischer Klatsch und Tratsch? Also habe ich mir jeden dieser Online-Artikel angeschaut und ihn in einem zweidimensionalen Feld eingeordnet. Auf der X-Achse sehen wir, wo sich das Medium politisch verorten lässt. Und auf der Y-Achse habe ich einen Wert für Populismus bestimmt. Hier muss ich dazu sagen, diese Einteilung entspricht meiner persönlichen Einschätzung. Zum Beispiel, für mich persönlich ist der Spiegel weiter links, die Welt weiter rechts, die Berliner Zeitung weniger und der Stern stärker populistisch. Wie gesagt, diese Einschätzung ist subjektiv und man kann darüber im Detail sicherlich diskutieren. Für eine grobe Übersicht sollte das aber passen. Und was kam jetzt dabei heraus? Naja, das Ergebnis ist sehr eindeutig. Fast alle Meldungen zur Misswahl in den Niederlanden befinden sich irgendwo im populistischen Spektrum und davon am meisten im rechtspopulistischen Quadranten. Vor allem Bild, Kompakt, Pleiteticker, Tichys Einblick und viele weitere berichteten teilweise sogar mehrfach über die neue Miss Niederlande. Was auffällt? Funk sowie die meisten öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender wie Tagesschau, ARD, ZDF, WDR und so weiter haben diesmal überhaupt nicht darüber berichtet. Der Vorwurf, vor allem rechtspopulistische Medien würden sich auf Regenbogen-LGBT-Themen stürzen, kann ich in diesem Fall absolut bestätigen. Sie scheint das Thema am meisten zu jucken und sie berichten am kritischsten. Wirklich seriös beschäftigt sich eigentlich niemand mit dem Thema. Man könnte sagen, die Rechtspopulisten nutzen es für ihre Agenda und die vermeintlich seriösen Medien lassen die Finger davon. Vermutlich aus Angst, sich zu verbrennen. Tja, damit wir das Feld aber nicht wieder nur den Populisten überlassen, muss ich mich wohl darum kümmern. Zum Glück habe ich keine Angst vor Verbrennungen. Die neue Miss Niederlande ist also eine Transfrau. Das heißt, sie war einmal ein Mann. Ob sie jetzt immer noch ein Mann ist oder ob sie nur biologisch betrachtet noch ein Mann ist, aber ihre Identität mittlerweile eine Frau oder ob sie jetzt eine vollkommene Frau ist, darüber dürfen sich diverse Bubbles gerne den Schädel einschlagen. Auf einen Fakt können wir uns aber sicherlich einigen. Sie war einmal ein Mann. Das muss so sein, sonst wäre sie ja keine Transfrau. Dieser Fakt wird natürlich interessant, wenn man sich mal klar macht, um was für eine Art Wettbewerb es hier ging. Gesucht wurde Miss Niederlande. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber eine Misswahl ist ein Schönheitswettbewerb. Richtig? Es wurde also die schönste Frau des Landes gesucht. Ja, und jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert. Wie misst man Schönheit? Schönheit. Das ist natürlich sehr subjektiv. Und was ist Schönheit überhaupt? Sprechen wir von äußerlicher Schönheit? Von innerer Schönheit? Oder sprechen wir vielleicht mittlerweile vom schönsten politischen Symbol? Vielleicht befinden wir uns ja gerade in einer Umbruchphase. Die klassischen Schönheitswettbewerber haben ausgedient. Jetzt suchen wir einen Menschen, der besonders schön in den aktuellen Zeitgeist passt. Kann ja durchaus sein. Denn ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber in keiner Zeit, außer der aktuellen Zeit, hätte Ricky Kolle den ersten Platz gewinnen können. So ehrlich müssen wir sein. Natürlich kommen jetzt alle Transfeinde aus ihren Löchern gekrochen und geben ihr Statement ab. Julian Reichelt twitterte folgendes. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, zu behaupten, dass Miss Niederlande eine schöne Frau ist. Er ist ein Mann. Wer uns zwingen will, etwas anderes zu sagen, will unsere Gedanken beherrschen. Nichts anderes. Das ist Ideologie. In einem Videostatement geht er sogar noch weiter und sagt Einfach zu behaupten, was für eine schöne Frau. Und es ist ein hässlicher Mann. Mit den schiefen Zinnen und diesem Gruselklauen-Gesicht. Das klingt nicht nur transfeindlich, es klingt vor allem ziemlich gemein. Denn völlig unabhängig davon, ob sie jetzt ein Mann oder eine Frau ist, muss man ja nicht so über das Aussehen eines Menschen herziehen. Dass Julian Reichelt nicht dafür bekannt ist, besonders feinfühlig zu sein, wissen wir. Geschenkt. Interessant ist aber, was er als nächstes sagt. Und wenn ich den Menschen zwingen kann, gegen sein eigenes Wissen, gegen seine eigene Intuition, gegen seinen eigenen Erfahrungshorizont, gegen seinen eigenen Geschmack, gegen seine eigenen Schönheitsideale, etwas zu behaupten, wovon er weiß, dass es falsch ist. Ich sehe einen hässlichen Mann, aber ich weiß, ich muss jetzt sagen, oh, eine schöne Frau, holde meid oder wie auch immer man in Holland sagt. Dann gewinne ich einfach Kontrolle über den Menschen. Dann unterwerfe ich den Menschen. Das ist ein Unterwerfungsmechanismus. Wenn ich irgendjemandem sage, du musst jetzt immer etwas behaupten, wovon du weißt, dass es nicht stimmt, dann kann ich diesen Menschen irgendwann dazu zwingen, alles zu tun. Weil er ja bereit ist, all das auszuschalten, was ihn als Menschen ausmacht. Ratio, Verstand, Vernunft, wissenschaftliche Fakten. Spinnend Julian Reichelt jetzt komplett? Oder wie kommt er von einer Misswahl, bei der eine Transfrau gewonnen hat, zu der Annahme, dass es hier um die Unterwerfung der Menschen durch eine Ideologie geht? Und ich kann euch sagen, wie er darauf kommt. Er hat offensichtlich 1984 von George Orwell gelesen. In dieser Dystopie geht es darum, dass ein autoritäres Herrschaftssystem die eigene Bevölkerung unterdrückt und deren Gedanken kontrolliert. Dass Julian Reichelt genau auf dieses Buch anspielt, wird vor allem durch folgende Aussage deutlich. Demnächst sagen diese Leute, bitte behauptet, wenn ihr ein Glas in der Hand habt und es loslasst, es fällt nicht runter. Und wenn du was anderes sagst, bist du Schwerkraft-Phob. Wir werden demnächst dazu getrieben, die Schwerkraft zu leugnen? Moment mal, das kenne ich doch irgendwoher. Woher wissen wir denn schon, dass 2 und 2 4 ist? Oder dass die Gravitationskraft funktioniert? Wie ich sagte, 1984 von George Orwell. Wichtig wäre aber noch zu erwähnen, wie man in diesem Buch die Bevölkerung dazu bringt, die Realität zu leugnen. Naja, durch Strafen und Folter natürlich. In einem Abschnitt des Buches wird eine Person so lange gefoltert, bis sie bestätigt, dass 2 plus 2 nicht 4, sondern 5 ist. Der Sinn dieser Folter besteht darin, den Menschen an seiner eigenen Wahrnehmung, an der eigenen Realität zweifeln zu lassen. Und nur das zu wiederholen, was die Partei vorgibt. Wenn die Partei sagt, 2 plus 2 sind 5, dann ist das so. Die maximale Kontrolle durch ein autoritäres System. Wir bestimmen die Realität. Wir bestimmen, was du denkst. Julian Reichelt behauptet im Grunde, dass wir uns langsam hin zu dieser Orwellschen Welt entwickeln. Wir würden gezwungen werden, anzuerkennen, dass Frau Kolle eine hübsche Frau sei, obwohl doch jeder wisse, dass das nicht stimmt. Der Vergleich, den Julian Reichelt hier macht, ist natürlich komplett übertrieben. Denn der entscheidende Faktor, um diese Gedankenkontrolle zu erreichen, der fehlt ja. Die Folter. Niemand wird gefoltert, wenn er behauptet, dass die Gewinnerin der Misswahl keine hübsche Frau ist. Jeder darf das sagen. Aber, hm, dürfte man auch sagen, dass sie ein Mann ist? Oder wäre damit eine Grenze überschritten? Und wenn jemand sagt, dass sie ein Mann ist, hätte man daraufhin eine Strafe zu erwarten? Und selbst wenn es keine juristische Strafe dafür gäbe, wäre soziale Ächtung, ein Shitstorm in sozialen Medien auch eine Strafe? Und kann eine Strafe für manche Menschen auch eine Art Folter sein? Vielleicht empfindet Julian Reichelt es ja bereits als Folter, wenn er für das Aussprechen der Realität angegriffen wird. Vielleicht. Gerade die Woke-Fraktion ist ja eigentlich der Meinung, dass die Gefühle von betroffenen Personen ernst genommen werden müssen. Oder gilt das nicht für alle Menschen? Bevor ich jetzt komplett philosophisch abdrifte und keiner mehr weiß, was ich eigentlich sagen will, fasse ich nochmal zusammen. Julian Reichelt übertreibt. Er übertreibt komplett. Wir leben in keiner Meinungsdiktatur. Und es gibt keinen autoritären Staat, der uns zwingt, die Realität zu leugnen. Diese Orwellschen Vergleiche, die er hier zieht, klingen schon eher nach Verschwörungserzählungen. Trotzdem bleibt es verwunderlich, dass Frau Kolle die Misswahl gewonnen hat. Denn wie gesagt, in keiner anderen Zeit hätte sie den ersten Platz gemacht. Das heißt, in irgendeiner Form ist die Jury wohl offensichtlich beeinflusst. Und ob wir das jetzt Zeitgeist, progressive Veränderung oder doch Genderideologie nennen, spielt eigentlich keine Rolle. Fakt ist, es hat sich etwas verändert. Hier mal ein paar Frauen, die zuvor zur Miss Niederlande gewählt worden sind. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, man muss kein Transfeind sein, um festzustellen, dass die Gewinner mal anders aussahen. Ich wäre schon wirklich erstaunt, wenn sich innerhalb weniger Jahre die Wahrnehmung von Schönheit derart geändert hätte. Den Einfluss einer wie auch immer gearteten Genderideologie kann nun wirklich niemand anzweifeln. Daraus resultiert aber kein autoritäres Herrschaftssystem, das unsere Gedanken kontrollieren will. Und da wären wir wieder beim Differenzieren zwischen realen Entwicklungen und grobem Schwachsinn, den Rechtspopulisten daraus machen. Ich meine, wenn wirklich kaum jemand darüber berichtet, außer die weit rechts und weit populistischen, dann glaube ich kaum, dass Reichelt hier recht hat mit seiner Annahme, irgendwer wolle unsere Gedanken kontrollieren. Ich bleibe dabei und sage, dass man dieses Feld nicht den Rechtspopulisten überlassen sollte. Stattdessen sollte man sich seriös, ohne Populismus, die Genderideologie mal genauer anschauen. Denn ja, da werden Realitäten geleugnet. Und wenn man sowas nicht anpackt und sich auch mal traut, Wahrheiten auszusprechen, dann sehen wir doch, welche finsteren Gestalten das für ihre Zwecke nutzen. Wie immer gilt bei diesem ganzen Thema, lasst euch nicht anstacheln. Niemand zwingt euch zu sagen, dass 2 plus 2 gleich 5 ist. Genauso wie euch niemand zwingt, die Gewinnerin einer Misswahl schön zu finden. Und gerade weil da kein diabolischer Plan zur Gedankenkontrolle hintersteckt, darf und sollte man Wahrheiten natürlich aussprechen. Ich bin hier auch absolut ehrlich und sage, die Zweitplatzierte spricht mich persönlich wesentlich mehr an. Uiuiui, da habe ich aber mal wieder getriggert, Leute. Ich bin ja der Provocini, aber letzte Woche habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Ich habe Dönner statt Döner gesagt. Und was das in den Kommentaren unter dem Video ausgelöst hat, meine Fresse. Ich glaube, so viel Interaktion habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn ein Dönner? Ein Döner hat ein langes Ö. Hör auf Dönner zu sagen. Dönner? Murug, was los? Smarter Move. Die ganze Zeit vom Dönner zu reden. Das triggert so viele, die es hier in den Kommentaren rauslassen. Alles für den Algorithmus. Nach dem dritten Dönner war es vorbei. Isst wie Leute, die Soße sagen. Dönner? Dönner. Sinan ist ein Dönnergönner. Lieber Sinan, ich mag dich sehr. Dönner triggert mich extrem. Das ist fast so, wie aus China China machen. Wenn ich das nächste Mal einen Dönner esse, werde ich definitiv an dich denken müssen. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Immer wenn du Dönner gesagt hast, sind bei mir ein paar Gehirnzellen gestorben. Dönner und nicht Dönnersinan. Das tut in den Ohren weh. Wenn du noch einmal Dönner sagst, cancel ich dich in Grund und Boden. Gibt ja genug Nährboden zur Zeit. Ja, ich weiß, dass das mit Absicht war, um diesen Kommentar zu provozieren. Aber das war es wert. Und das war jetzt wirklich nur ein kleiner Teil der Dönner-Kommentare. Aber was ist denn jetzt? Spreche ich das Wort wirklich falsch aus? Habe ich es absichtlich gemacht, um zu triggern? Gucken wir doch mal, wie Google dieses Wort ausspricht. Ich esse gerne Döner. Oha! Es ist tatsächlich der Döner. Aber Moment mal. Was passiert, wenn wir diesen schönen Satz... Ich esse gerne Döner. ...mal ins Türkische übersetzen? Döner, Kebab, je mi sevedem. Das klingt jetzt aber mehr nach Döner. Ich denke, wir können die Geschichte hier ganz einfach aufklären. Es war gar keine Provokation von meiner Seite aus. Ich habe nur versucht, das Wort türkisch auszusprechen. So richtig gelingt mir das aber auch gar nicht. Denn wenn man genau hinhört, dann passiert da auch irgendwas am Ende mit dem R. Döner. Döner. Jetzt könnte man sich natürlich noch die Frage stellen, warum sollte ich das Wort überhaupt türkisch aussprechen? Denn immerhin sagte ich ja, dass der Döner, so wie wir ihn kennen, eine deutsche Erfindung ist. Und damit wäre es vielleicht doch richtiger, Döner zu sagen. Wie dem auch sei, das alles war kein böswilliger Angriff meinerseits. Ich weiß, dass viele denken, ich würde jede meiner kleinen Provokationen perfekt durchplanen. Aber so ist das gar nicht. Mein Provokationsgrundlevel scheint einfach schon erhöht zu sein. Und es passiert quasi einfach von alleine, unbewusst. Ich bin wohl einfach ein unangenehmer Typ. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir gesellschaftlich immer empfindlicher werden und gerade die Internet-Woke-Polizei mit scharfem Blick das Netz scannt, dann habe ich dann natürlich schlechte Karten in Zukunft. Denn selbst wenn ich gar nichts Provokantes geplant habe, ist jetzt schon völlig klar, es wird passieren. Das Gute für euch, neuer Content. Dieses ganze Essensding mit Döner oder Döner der AfD, deutscher Leitkultur, hat mich dann irgendwie noch beschäftigt. Ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich ein typisch deutsches Essen? Also ohne jetzt ChatGPT zu fragen. Was passiert, wenn ich in den Supermarkt gehe und intuitiv nach Dingen greife, die sich für mich deutsch anfühlen? Ich habe es gemacht und rausgekommen ist dieses kulinarische Meisterwerk. Ein Kölsch im Bierglas, eine Brezel, Kartoffelsalat und Rinderschinken. Ich lasse das einfach mal kurz für eine Sekunde so stehen. Ich warte ein bisschen ab, lasse den Trigger mal wirken. Also wenn ihr wollt, haut jetzt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin mir sicher, die Ersten kriegen schon Schnappatmung. Lasst es raus, füttert den Algorithmus. Was macht das Bild mit dir? Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, ist die Plattform Twitter grundsätzlich der totale Scheiß. Völlig radikalisierte Bubbles fetzen sich permanent und Journalisten mischen mit und basteln Artikel daraus. Journalismus im Jahr 2023. Aber Twitter ist nicht nur scheiße. Es gibt auch viele kreative und lustige Köpfe bei Twitter. Also habe ich meine Follower mal als Redaktion missbraucht und ihnen dieses Bild vorgeworfen. Meine Frage war, ich habe keine Ahnung von deutscher Kultur. Habe einfach mal zusammengestellt, was sich für mich deutsch anfühlt. Kartoffelsalat, Brezel, Rinderschinken und Bier. Was meint ihr? Gehe ich damit als Deutscher durch oder ist die Kombi so wirr, dass ich sofort auffliege? Und hier sind sie, die 10 besten Antworten. Platz Nummer 10 kommt von Anna Victoria. Sie sagt, Herkunft Kartoffeln, Anden, Südamerika. Herkunft Bier, Antikes Mesopotamien oder Ägypten. Herkunft Rinder, Nahe Osten oder Südasien. Herkunft Brezen, Bayern. Wird von Restdeutschland gedisst, ist also eigenes Kulturgut. Sorry, leider kein deutsches Essen. Ah Mist. Platz Nummer 9. Ziehe einfach weiße Tennissocken und Sandalen an, nur um sicher zu gehen. Ja, deutscher sein ist nicht so leicht. Platz Nummer 8. Den fand ich auch sehr gut. Peter schreibt, kulturelle Aneignung oder doch schon Assimilation? Platz Nummer 7 kommt von Zonen Gabi. Sie hat genau hingesehen und stellt fest, der Rasen ist länger als 3 mm. Gartenamt ist informiert. Platz Nummer 6 geht an Wiese. Ich würde vielleicht eine Schwangerschaft vermuten. Steht da noch irgendwo Süßkram herum? Platz Nummer 5 geht an Sigi Lieb. Sie geht nochmal ins Detail und schreibt, brrrr. Brezel mit Kartoffelsalat passt nicht zusammen. Rinderschinken ist nicht typisch deutsch. Nordlechtern fehlt das Fischbrötchen. Mir als Fränking die Bratwurst und als Rheinländerin die Reibekuchen. Bier und Brot, Vielfalt, sind sehr deutsch. Das Brot fehlt bei dir. Toll, alles falsch gemacht. Platz Nummer 4 von Captain Chaos. Klassische Verwechslung von Bayern mit Deutschland. Kann passieren, machen Amis und Japaner auch hartnäckig. Platz Nummer 3 kommt von Migo. Solltest du einfach eine Liste führen, wem du schon mal ein paar Euro Kleingeld geliehen hast, dann darfst du eigentlich essen, was du willst. Wir merken, typisch deutsch. Klappt nicht nur durch die korrekte Wahl der Speisen. Platz Nummer 2 geht an Awake at 3am. Rinderschinken, du Anbeter falscher Götter. Gut, Bier vernachlässigen wir. Und Platz Nummer 1 der besten Antworten auf dieses schöne Menü kam von Offener Geist. Er schreibt, doch, du hast dich verraten. Nächstes Mal nimm einen Döner, damit kommst du immer als Deutscher durch. Und ja, vielleicht ist der Döner am Ende dann doch das deutscheste aller Essen. Immerhin gibt es ihn in Nord-, West-, Ost- und Süddeutschland. Und meines Wissens nach auch ohne regionale Unterschiede. Wenn die AfD sich eine deutsche Leitkultur wünscht, dann müsste man ja erstmal herausfinden, was typisch deutsch ist. Ich habe eine grandiose Idee. Bevor die AfD erklärt, was sie alles nicht will, kann sie ja mal erklären, was sie eigentlich will. Also was ist dieses typisch Deutsche, was dann am Ende sowohl die Bürger im Norden als auch im Süden Deutschlands gleichermaßen als ihre Identität wahrnehmen? Viel Spaß dabei, das zu diskutieren. Ich glaube, mit der Aufgabe hätten wir die AfD für die nächsten 50 Jahre außer Gefecht gesetzt. Immer häufiger bekomme ich von YouTube die Meldung, dass meine Videos nicht für Werbepartner geeignet sind. Das heißt, es gibt keine Werbeeinnahmen. Diese Einstufung geschieht in der Regel durch super-mega-schlaue KIs. Warum ich das so ironisch sage? Weil diese Einschätzung häufig falsch ist. Bisher war es wirklich jedes Mal so, dass Videos, die als ungeeignet für Werbe eingestuft wurden, nach einer manuellen Überprüfung durch einen Menschen plötzlich doch Werbeeignung bekamen. Tja, wohl doch nicht so clever diese KIs. Das Problem an der manuellen Überprüfung ist, sie dauert in der Regel vier bis fünf Tage. Also genau den Zeitraum, in dem meine Videos am häufigsten geguckt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, auf YouTube ist einfach kein Verlass, wenn es um Werbeeinnahmen geht. Das ist auch der Grund, warum viele Content-Creator mit Werbepartnern zusammenarbeiten. Ihr kennt das, mitten im Video gibt es plötzlich einen völlig merkwürdigen Wechsel zu diesem neuen Rasierer, mit dem ihr euch sämtliche Haare entfernen könnt, an Stellen, wo ihr nicht mal wusstet, dass euch dort Haare wachsen. Die Bezahlung für solche Placements, die sind verdammt gut. Wesentlich besser als das, was man durch YouTube-Werbung bekommt. Für ein Video von mir, was so 20.000 bis 30.000 Aufrufe macht, kann man schon mal gut und gerne 500.000 bis 1.000 Euro bekommen. Problem dabei? Ich hasse Werbung auf meinem Kanal. Und vor allem hasse ich es, irgendwelche Produkte vorzustellen und euch zu noch mehr Konsum zu verleiten. Und da kommt ihr ins Spiel. Sinans Woche ist deswegen nahezu komplett zuschauerfinanziert. Das heißt, ich bekomme nicht nur Geld, sondern auch so nette Nachrichten wie zum Beispiel hier von Annette. Sie unterstützt mich mit 24,50 Euro und schreibt, mein Chef zahlt mir monatlich die Hälfte vom 49-Euro-Ticket. In diesem Monat sponsert er dich, Sinan. Merci beaucoup. Von Axel gab's 6 Euro für einen Döner, solange es ihn noch gibt. Jana hat mir 10 Euro dagelassen und schreibt, hoffe, du wirst in Berlin genauso wundervoll empfangen wie ich. Lebe seit drei Jahren hier und liebe diese Stadt jeden Tag mehr. Berliner sind rau, aber herzlich. Nur vor Schwaben solltest du dich in Acht nehmen. Die kaufen deine Wohnung und machen daraus ein Airbnb. Okay. Daniela hatte 1 Euro dagelassen und geschrieben, damit es wenigstens nur noch 233 Euro miese sind. Sie spielt damit auf die Abrechnung der letzten Woche an. Da habe ich erzählt, dass die Reise in den Süden des Landes mehr gekostet als eingebracht hatte. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, war Daniela nicht die Einzige, die diesen Gedanken hatte. Insgesamt habt ihr Zuschauer diese Sendung seit letzter Woche mit 762 Euro unterstützt. Insgesamt haben sich 75 Menschen mit 10,16 Euro durchschnittlich beteiligt und 19 Zuschauer haben genau 1 Euro dagelassen. Wer braucht also schon Product Placements, wenn er solche Zuschauer hat? Ich danke euch für den Support, hoffe, die Sendung war unterhaltsam und geistreich zugleich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube Video.